Jetzt wird es allmählich spannend, meine Damen und Herren, wenn auch der Bergschneider zunächst mal seinen Knitterpreis gut aufrunden abzieht. Die sind jeweilige Formel 1-Fahrer, 8-Sieger, sowie mehrere nationale Tourenwagen-Zinnepräger sind, weil dieses Landgedeckte-Rennen überliegen haben soll. Die sind ja hier, auch die BMW-Märksmannschaft, die hier natürlich ein ganz gewaltes Raum, die sehr sehr viel Flüge gegeben hat, ist ein Auto, ein konkurrenzfähiges Auto auf die Bühne zu stellen, auf die Beine zu stellen, die wir dazu wieder haben. Mal schauen, wie sieht das aus, der GF, das ist eine nicht-tolle-Meinschaft, weil sie auf den Klausel-Zinnepräger sind, ich freue mich, auf die Beine zu kommen auf das Bett. Das ist hervorragend getankt, wer muss, sehen, diese Kankerlagen auch gepaunt sind, außer aus den Lädern, die gehen bleiben und der Fahrer da, wie im Auto bleiben muss, der Motor muss sich vor allem, weil andere Techniker uns im Bereich zu zeigen, oder müssen sie nicht arbeiten oder Fahrzeugen zu arbeiten. Dann schleichen das Startprozess überlegen, ich habe es eben schon gefiltert, dass wir sehen, dass wir jetzt noch ein Einfluss nach Aufstellung, und die Stadt zwischen 97 und 90 Kinder sind für die Fahrzeugung der Stadt. Vielen Dank, Herr Boenwärts. In der 16, Lamax in der 14, in der 21, Christoph, Oshu, in der 22, Bia Guigy, Martini, Bob Volek im Schimmelauto, in der 18 und Fabio Chiroir, die Foto-Sport-Legende aus Brandrein, die Foto-Sport-Legende aus Brandrein. Die Foto-Sport-Legende aus Brandrein 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 WDR mediagroup GmbH WDR mediagrin 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 WDR mediagrin